«Energy Now» wird präsentiert von Coca-Cola. Willkommen zu «Energy Now». Wir nehmen dich heute mit an eine «Energy Live Session», ein Konzert in einem ganz kleinen und intimen Rahmen. Heute Abend im Sommercasino in Basel steht Jonathan van der Broek auf der Bühne, besser bekannt als Milo. Vor ein paar Jahren ist Milo mit Hits wie «You Don't Know», «A.O. Technology» und «You and Me» regelrecht durchgestartet. Jetzt ist er mit dem neuen Album «Silver Linings» und dem neuen Hit «We Must Be Crazy» wieder zurück. Und der Mann mit der sanften Stimme und den grossen Songs ist jetzt hier. Hello Milo! Hey, hallo. You just had a concert in Belgium yesterday. You just arrived. Did you already calm down, settle down? Absolutely. It was an early morning. But I'm sort of used to getting up really early these days. You know, when I got on the plane this morning, I was relaxed and I just had some coffee. So, no, I'm happy to be here. It's a beautiful day. Tonight it's going to be a very intimate gig, a very small gig, the energy live session. Yep, true. Even though the band did really well last night, I decided to leave them at home and I just brought Tom, my good friend and guitar player. So the two of us are going to play an unplugged gig tonight. You're quite often in Britain or in Basel or in Switzerland. What's the one thing you have to do when you're in Switzerland? I don't know. Switzerland was one of the first countries outside of my country, Belgium, where they received me and my music with wide open arms. So from the beginning, you know, it always felt very natural. So whenever I'm here, it feels like coming home. And I'm still, you know, getting to know new parts about Switzerland. But there's not one thing, you know, it's not that when I get to the airport, I'm like, I need to have my chocolate. I mean, that's, it's good chocolate, but I'm from Belgium, so we also have good chocolate, so. Heute gibt's keine Schokolade, sondern eine Livemusik von Milo. Die Energy Live Session, die Tradition hat bei Energy und die wir schon viele Künstlerinnen und Künstler haben begrüssen. Vor genau zwei Jahren hat Rita Ora ihren ersten Schweizer Auftritt gegeben. Heute ist sie ein grosser Star und wir schauen gerne an diese Energy Live Session zurück. Normalerweise spielt er in der grossen Halle. Für Energy Fans hat James Blunt aber eine Ausnahme gemacht und sich ganz nahe beim Publikum zeigt. Auch grosse Stars aus Übersee sind schon an der Energy Live Session aufgetreten. Wie da Ryan Tedder mit seiner Band OneRepublic. Für eine besonders romantische Energy Live Session hat Katie Melua gesorgt und mit ihren Balladen zum Kuscheln animiert. Eine der grossen Entdeckungen aus dem letzten Jahr, Corda Line. Sie begeistert nicht nur als Soundtrack in zahlreichen Fernsehserien, sondern auch live an der Energy Live Session. Genauso wie die Söhne Mannheims. Da noch einer der letzten Auftritte zusammen mit Xavier Naidoo, der sich inzwischen eigenen Projekte widmet. Unterdessen sind Michael und Milo im Studio von Energy Basel angekommen. So, tonight we're going to hear the songs from the album Silver Linings. The song we all know is We Must Be Crazy. In the video there is a childless couple manufacturing an artificial baby robot. Aber ja, es ist ein slighter Kritik für Technologie. Aber was ist die erste Sache in Technologie, die du in der Technologie konntest? Und die du niemals geben kannst? Ich meine, definitiv, wie viele Leute. Also, du get addicted to being connected, you know? Just in many ways, you know? Connected to people, even if they're far away. You know, through email, WhatsApp, you know? Even the, you know, the Instagram, Facebook, Twitter thing that I do to communicate and to show people what it's like to be a musician today. It's finding a balance, you know, it's about finding a balance. Yeah, the album starts with the song Learning How to Disappear. And the first line of the song is In the California of my mind. One night I was out walking. It's a very affecting entry for the album since you went to Los Angeles to get away from everything. But what exactly is the California of your mind? Yeah, that's actually for me that I just wanted to set it straight. It's the only time that I refer to the place where I wrote and recorded these songs. But I wanted to make it very clear that it wasn't about California or Los Angeles, but it was more about a state of mind for me where I wanted to leave my comfort zone, which was in Europe. But I just really liked it and I think it's a process that I will keep trying to recreate again and again whenever I need some time for myself and to create something new. What's the song which the Americans like the most of you? Honestly, you know, it's much more concerts over there are much more based on the lyrics. Definitely, I mean, if I play acoustic shows, so they listen to every single line and words. So at the end, if I say like, yeah, this is this next song is a love song, but it's the opposite of a love song. It's a little bit strange. Bear with me. And then I sing you and me and I sing I wish you smelled a little funny or I wish you were a little bigger. So when I line after line, it's like, you know, stand up comedy, which was my intention always. But you know, when it's on the radio, people listen to melodies here as well and live, it's more like a feel-good up-tempo song. But when you take it to the essence, it's really just a song to make the audience laugh and line after line they do this, you know. Oh nice. So that was really, those were good moments. Nach dem Radiointerview ist die Arbeit für Milo bei Energy Basel aber noch nicht fertig. Er muss noch viel lächeln und posieren und über Fussball reden. Schliesslich ist WM. World Cup, Milo. How do you personally watch Football? Well, I'm really, really looking forward to this World Cup. Yeah, it's because I'm from Belgium and I honestly think that Belgium will get really, really far this year. I mean, I can explain you why, but you just have to believe me. We add later the huge crowds. And no, so, you know, usually what I like about watching is to get together with, you know, with friends. And if it's, if the weather is nice to look at a giant video screen or, you know, in a bar or even at some people's, you know, homes. And I love it. It's, it's, yeah, I think it's gonna be a lot of fun. Wow! Einen riesen Spass hat auch der Lou Genius in unseren Top 5 WM Songs 2014. Der Bündner Musiker liefert mit Game of Life den offiziellen WM Song vom Public Viewing Chur. Wer jetzt schmunzelt, auch YouTube hat zuerst irritiert reagiert und der Clip wegen Zitat unnatürlich vielen Klicks kurzerhand gesperrt. Trotz aller Klicks bis zum Erfolg von Bagi seiner Langzeithymne Bring'n'Hai ist es noch ein weiter Weg. Platz 4 belegt das offizielle World Cup Anthem. Die Liste von Interpreten ist eher lang. Darum Jato We Will Find A Way ist der WM Song vom Santana, am Wycliffe Sean, featuring Avicii und Alexandre Pires. Immerhin der ist Brasilianer und hat sich musikalisch sonst vor allem am Samba Romantico verschrieben. Auf dem Platz 3, The World Is Ours, das World Cup Anthem von Coca-Cola. Der Song macht seinen Namen «Ali Air» und ist tatsächlich ein Hit für die ganze Welt. Mit afrikanischen, arabischen und sogar malaisischen Versionen. Und immer zu mittendrin der David Curry, ein 29-jähriger Sänger mit brasilianischen Wurzeln, der sein Part im Video natürlich hoch über Rio mit Blick auf den Zuckerhut gedreht hat. Ihm seine Lieblingsversion übrigens die mit dem «Aloy Black». «Aloy brought something incredible to this version. He brought more depth, a different perspective on soul. Cause we all have our own soul. Platz 2 von den beliebtesten WM Songs 2014. «We are one. Olé hola» vom Pitbull, featuring Jennifer Lopez. Jenny tanzt dieses Jahr gerade auf mehreren Fussballhochzeiten und mischt auch im Wisin seinem Song «Adrenalina» mit. Dieser Track ist der WM-Song von Univision, ein spanischsprachiger Fernsehsender in den USA. Bleibt noch der Platz 1 und der gehört Shakira mit «La la la». Im Video sieht man unter anderem auch ihren Schatz, der Fussballer Gérard Piguet und der gemeinsame Sohn Milan. Für Shakira ist es nicht der erste Fussballhit, sie hat schon den offizielle Song für die WM 2010 in Südafrika vorbeisteuern. Malo macht noch gerade den Soundcheck für seine Energy-Live-Session hinter mir auf der Bühne, sobald jede Gitarre richtig eingestommen ist und das Mikrofon auch gut eingerichtet. Dann geht er dann an ein Treffen mit ein paar wenigen Energy-Hörerinnen und Hörern, die die exklusive Chance haben, der Milo gut nachzuerleben. Sobald wir so auf der Bühne sind. Wiemlich! Wiemlich! Sauerstausch! Sie sind die Ewigkeit und äh Sah G izquierde, Sie sind verstärken gut. reiterate zum Baby luz überOTT Out here in the night Show me the light before I go blind It was a marvellous night, how was it for you? I had a really, really good time. I mean, I feel the way that I show it, you know, so I had a really good time. The crowd was great and it went by like this too quickly, but, you know, I meant to play 45 minutes and I played twice, like, yeah, it went by really fast. But the fans, they demanded it. Yeah, it was just, it felt like the right thing to do. And we have so much fun playing these songs, so since we were here anyways, we might as well play a few more songs. It has been one hell of an energy live session. Thank you very much. And I think you have lots of autographs to do now. Yeah, I'm going to get back to work. All right, enjoy it. Thank you. Das ist Energy Now gewesen, kannst du dir jederzeit wiedergeben auf energy.ch. Wünsche Schönen. Energy Now wurde präsentiert von Coca-Cola.